ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft mit dem lieben Nico ich bin nicht da nein bist nicht da ohne Spaß ohne Spaß Leute ihr wisst glaube ich was ich ansprechen will ich habe vier oder fünf Monate jetzt keine Videos mehr gemacht was für Monate das sind Wochen ne Monate schon ich war gestern auf deinem Kanal und dann halt Wochen und tut mir einfach schrecklich leid und ich glaube Nico kann bezeugen dass das im Moment nicht gerade einfach ist mit Schule und um also scheiß weil wir zwei kommen einfach nicht hinterher das merkt man glaube ich auch auf seinem Kanal aber mir kommen jetzt auch wochenlang keine Videos wir kommen einfach nicht hinterher wir haben so viel zu tun in letzter Zeit mehr schon jetzt kommen noch Karneval dazwischen da habe ich eh nicht so viel Zeit weil ich nicht gar nicht gewinnt und um bis zum zu bis dem Warten es tut mir leider leid ich wenn es aber gut ist trotzdem eine Abonnenten nicht deshalb nicht verlassen haben nur ein Verlust nicht um und Prozent ja seit einfach die besten Abonnenten es gibt klar gibt es auch besser so schön die Götter ich bin kein Abonnent ich bin kein Abonnent tut mir leid abonniere ich nein nein tut mir leid Prozent nein auf jeden Fall ihr seid echt bei mir ja um falls er sich nicht vorab welchen Server wir gerade zocken wir zocken auch in unseren eigenen zu nur kann man so sagen also wir bezahlen alle Euro dafür so sieht es aus piep den Preis weg sonst denken die alle oh mein Gott da haben wir gar kein Geld Nein Nitrados Silber ja es ist richtig gut das läuft flüssig ohne Probleme Konstanz ja eigentlich auch zeigen ne da kann man ja einfach gucken dass das Nitrado Bild da ist ja ja das ist da jetzt heißt dann die n 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 auch andere Leute die mit uns hat die Kopfzocken n n n n n n oder für Glocken n n n n n n das Kind ist ein Fasch und Skilett bezahlt auch natürlich mehr als gelettet die die ganzen Mops hier bezahlen weil sie sich auch hier um wegen also müssen wir auch bezahlen und ja wie gesagt ist mir wirklich sowas mit 2 3 ist gelettet die Bezahlung werden getötet die Spornjagd neun wir haben es auch nicht so gut kann sich ein Dorf suchen und umrahmt das dann halt mit Zaun schreibt am Prozent Brunnen noch ein Schild hin das ist so zu sich zu sagen jetzt um Monebrau LPS genau was ich noch Prozent sagen wollte mit der seit dem vierten Februar kann man seinen Namen Minecraft ändern das heißt Niko heißt jetzt nicht mehr Niko 2 0 0 2 0 1 sondern Replayer unterstrich LP so wie er auf seinem Kanal heißt und ich heiße jetzt nicht mehr Marvin LPS hier sondern Monobrau LP das ist richtig geil ähm da ja das ist halt richtig geil gemacht weil ich hab mir Minecraft gekauft um damit einfach so zu zocken und ich hab ja nicht die Idee gehabt irgendwann einmal damit aufzunehmen dann hab ich mir halt Marvin FS hier genannt komischer nochmal ja das ist ja auch nicht weiterhin schlimm wir sind ja jetzt hier um aufzunehmen und nicht die ganze Zeit zu quatschen wir wollen Action wenn ich ja wüssten wie gut ist ganz weit weg in Mallorca das ist am Strand ja das ist halt so ein Projekt von uns dass wir halt irgendwann in den ganzen Dörfer verbinden Dörfer heißt vielleicht vielleicht auch immer alleine mehr aber das hat dann alles riesig wird also so war halt mal die Idee die jetzt immer noch so ist weiß damit Portalen verschneiden sollten Mieter Portale Infos Prozent ein Block in die Mühle also ein Block in dieser Welt ist ja sieben Blöcke in die Mieters Welt äh ey was guckst du doofbewohner boah die machen so lustige Geräusche ne hehehe oh mein Gott zwei Creeper alter was geht ab was ist hier schief joooooo oh no Creeper kill überrasse m und geil eine Krippe hat in einer Krippe gesprungen alle und hat es nicht nur noch nicht an Mann 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 da gibt es erst mal wieder auf die Fresse und dann die Koffer der Hitz-Wolch-Kotten-Mieter irgendwie schön werden fahren und jetzt klappt es nicht wenn euch das gefällt dass ich hier auf diesen Server aufnehmen dann sagt es doch mal dann schreibt es mal in die Kommentare weil dann werde ich oder per PN also persönliche Nachricht über Google Plus dann werde ich nämlich weiterhin auf diesen Server hier mit auch noch mit aufnehmen und ähm ja hast du noch irgendwas da hinzuzufügen abonniert mich nicht ach manno kannst du schlafen äh ne ich such grad mein Haus lefte nein hab ich keine Lust zu ok dann schlafen diese Nacht nicht ja ach manno wir haben es jetzt immer damals musste die auch leften ich werde aber die Schleiften ja mann fast mann Prozent um Versauberungstisch auf 30 steht ich frage mich aus dieser schönen Hölle raus wollte da das ein ja das schöne Wurzeln muss noch ich wollte noch ja komm ich nur hier raus ich hab noch Leder für 20 Bücher aber ja auch falls es immer nur nicht aufgefallen ist sie nehmen so sind so sind ich habe auch schon noch will doch in die Korte damit ich werde noch ein bisschen mit ihm sparen nur noch ganz gesagt auf welcher Vision Spiel spielen auf 1.8 aber ich denke mal dass man das auch sehen wird weil er hält er ist es ist ein 3 3 3 Prozent 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 9 ich glaube ich brauche eine Gruppe liegt kann eine Granatik drüber und drüben viel Kumpel ich bin aus dieser Höhle nicht mehr als er schön so finde ich nicht endlich los zu sein ich finde das aber nicht nein ein spaß wer soll es nicht anmachen schilder das nieder ja das nieder oder der nieder ich weiß nicht wie das heißt diese sieben die nieder soll den nieder der das nieder aber schlägten ich habe kein Problem das heißt und ich mir eher der nieder und die hier niemals heißt der nieder aber wenn man um als sagt man soll das an machen dann sagt man deren sollte gehen den nieder stelle ich mir das vor ich habe keinen plan wie das heißt aber es gibt mich nicht genau rotz ey digger uncool digger uncool spaß beiseite uncool digger uncool schweiz digger auf meinem dach steht ein Bogen ein Skelett nach dem dach steht ich wollte eigentlich Bogenschützen sagen aber dann müssen wir das zweite Wort nicht es ist ja auch kein Bogenschütz das ist ja ein Skelett ich wollte gerade was sagen aber das solche Westen nicht das ist eine Mutter das war viel das war viel tro lololol egal da sind ihnen alles nur Sprüche egal da sind ihnen alles nur Sprüche die wird das kommt auch noch aus wenn wir stehen die 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 auf jeden Fall Schule heute nur vier Stunden mehr hinsichtlich die Mäger hinsichtlich hier auf jeden Fall ich komme um ihn klären er hat es gesagt ich hasse schiebt Schule hier die ich glaube wollen Elton Kacke und die Jahre und es regnet und direkt an meinem Dorf es regnet hier es ist bei mir nicht er ist es so cool geworden weiß noch am Anfang Server gestartet haben der Regen Geld durchgehend nur noch die und wir haben das Leben in der Hand an alles probiert diesen Blöden Regen auszumachen und es geht einfach wie gesagt das ist mein Buch das kann auch daran sehen weil das hier alles mit Akazien Prozent zauern ist daran erkennt das auch warum schluss kommt eigentlich ich brauche immer zu tun ich wollte eigentlich ein Feldbau noch zu kommen jedes Zogabro braucht ja ein eigenem Wasser so ich kann schlafen in das Wasser hier ist nicht und ich brauche mich an so viel Scheiße der Schild jetzt mit Zombie mit einer Eisenschau für ich nicht stehen okay aber ich habe so viel Scheiße gebaut dass das jetzt aussieht als ob das einfach im Weizenfeld wäre das soll aber gar kein Weizenfeld sein das wenn ich traurig ich bin die Linus die Kursfolger wenn ich gar nicht was gesagt ich schlafen mit mit die Schilder ich fliege hat gesagt dass du der Dummkopf bist was er sagt liegt ich endlich auch meine Figur die wildste Schliegen Oh, weil Superman fliegen kann. Ich dachte, du meintest mich. Nee. Hey, nee. Schau, die Idee ist mir nicht. Oh, so war die Idee. Nice. Routine. Ja. Ja. Jetzt fängt schon wieder an zu legen. Auf ein GOMOS Server heute auch, nur am legen. Ja, richtig. Ja, bei mir leckst du jetzt ganz schön, aber das ich lefte immer wieder. Und dann kannst du auch das Nikrado-Bild zeigen. Ja. Mit Trado. Und dann kannst du auch das Nikrado-Bild zeigen. es ja ich weiß auch nicht dass dies in der internetverbindung wenn sie hier können uns auch nicht ja leute wenn es euch gefallen hat zeigt es mir mit einem und ich würde dann sagen ex-fond und wie gesagt nicht vergessen in die Kommentare schreiben ob ihr auf diesem Server weiterhin Let's Play sehen wollt oder nicht tschüss